Inspiriert von den scheinbar endlosen weiten Patagoniens hat Julio Viola sein Weingut Bodega del Fin del Mundo genannt, was so viel bedeutet wie Weingut vom Ende der Welt. Die Weine der Fleck-Twee-Linie stehen für fruchtbetonte und unkomplizierte Weine mit hohem Trinkvergnügen. So unkompliziert zeigt sich dann auch der White Blend, der aus Sauvignon und Chardonnay erzeugt wurde. Viel Frucht, viel Saft, elegant und weich. Einfach schön.